Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Jemand Mohammed als Pädophil bezeichnet hatte und dafür in Österreich bestraft worden war. Und die Frau Elisabeth Sabaditsch-Wolf, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber in der Pressemitteilung vom EGMR sind diese Namen halt immer abgekürzt. Die meinte, das hat ihre Meinungsfreiheit verletzt. Da gibt es so eine EU-Menschenrechtskonvention, da gibt es halt Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Die hat sich dann da zum EGMR geklagt, also zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, so weit ich weiß. Und die haben aber gesagt, Elisabeth, das hatte alles seine Richtigkeit. Und hier würde ich gerne ein paar Punkte zur Versachlichung der Diskussion beitragen und auch das Urteil können wir ja gemeinsam kommentieren. Der erste Punkt, der man wissen muss, ach hier, Frage, kennt jemand von euch Sabatina James? Äh, nö, mh, nein. Gut, ich glaube, ich habe einmal ein Video von der gesehen und ich fand die Stimme so furchtbar, dass ich nie wieder was von der wissen wollte. Aber die kommt bei mir mal so ein bisschen aus der Evangelikalen-Ecke. Ich glaube, das ist eine ehemalige Muslima, die jetzt so ein bisschen evangelikal-antimuslimisch unterwegs ist. Und ich nehme jetzt, ich komme mir jetzt gar nicht auf die an, aber da habe ich eine Schlagzeile gesehen, die hat das so dargestellt, als hätte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass man Mohammed nicht als Pädophil bezeichnen dürfe. Und so konnte dieses Urteil tatsächlich auch rüberkommen. Und das stimmt nicht. Der EGMR hat praktisch nur gesagt, dass es kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit war, dass die österreichischen Behörden die Frau Sabatich-Wolf hier bestraft haben. Und die Bestrafung war irgendwie 480 Euro. Das war jetzt also auch nichts, was jemand ruinieren würde. Und das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland beispielsweise Mohammed als Pädophil bezeichnen würden, dann gibt es keinen Zwang, dass wir dafür verurteilt werden müssten. Und in Deutschland könnte man ja auch noch sagen, wenn man schon die katholische Giga als Kinderficker-Sekte bezeichnen darf. Da ist es schwierig zu verargumentieren, warum man nicht sagen sollte, Mohammed sei Pädophil. Vielleicht als Hintergrund, warum kann man das überhaupt sagen? Es gibt ja wohl so eine islamische Überlieferung, der zufolge Mohammed mehrere Frauen hatte. Und seine Lieblingsfrau, glaube ich, Aisha, die hat dann mit 6 Jahren geheiratet. Also Aisha war 6 Jahre, als er sie geheiratet hat und mit 9 sollen sie den Geschlechtsverkehr vollzogen haben. Und es kann sogar sein, dass diese Frau Sabatich-Wolf das mal irgendwo ausgegraben hat und dass die diejenige ist, die das so ein bisschen breiter bekannt gemacht hat. Ich meine, das siehst du aus dem Zusammenhang raus. Die Frau hatte einen Vortrag gehalten, da ging es um Islam, Grundlagen des Islams. Und da Aisha jetzt eine ganz wichtige Persönlichkeit war, kann man die nicht aussparen. Und auch nicht, die Ehe ist ja auch, das gibt ja drei heilige Schriften im Islam. Koran, die Hadithen und eben auch die Biografie von Mohammed. Und da war das ein Bestandteil von allem. Und man muss auch sagen, wenn man es liest, den Vortrag, hat die es auch gar nicht sozusagen selbst gesagt, sondern sie hat gesagt, ich habe das mit meiner Schwester gesprochen und meine Schwester hat gesagt, wenn das nicht Pädophilie ist, was ist dann Pädophilie oder kann man den Mohammed als Pädophil bezeichnen? Also das war in einem Vortrag, war das eine indirekte Rede, die sie von ihrer Schwester wiedergegeben hat. Das heißt, die Vortragende ist nicht hergegangen und hat gesagt, dass Mohammed Pädophil ist, sondern, das war in einem weitaus größeren Kontext, war das ein Detail in der Biografie von Mohammed, kein unwichtiges Detail, denn es war ja quasi eine sehr wichtige Persönlichkeit, die Aisha für die ganze, deswegen gibt es ja so viele Aishas da in Deutschland, Aishas und so weiter, die man hat. Und das wurde dann eben herausgepickt aus dem ganzen Vortrag. Das ist sozusagen das Entscheidende gewesen, was dann quasi dann zu dieser Anzeige geführt hat und eben zu dieser Strafe. Also da wollte ich gleich auch noch drauf kommen. Es ging mir hier, jetzt lassen wir mal sagen, Mohammed Pädophil, warum sagt man das überhaupt? Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist auch genau der Grund, warum es so viele Aishas gibt, dass das die Lieblingsfrau war und die hat halt wohl mit sechs, der Überlieferung zufolge mit sechs geheiratet und neun hat er mit ihr Sex gehabt. Und die Frau hatte ihn als Pädophil, also das wurde ihr jetzt vorgeworfen, dass er ihn als Pädophil darstellt. Ich lese mal vor, die Zusammenfassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im heutigen Urteil der Kammer in der Sache Elisabeth Sabatich-Wolf gegen Österreich hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einstimmig entschieden, dass keine Verletzung von Artikel 10 Freiheit der Meinungsäußerung der Europäischen Menschenrechtskommission vorlag. Der Fall betraf die Verurteilung der Beschwerdeführerin wegen der Herabwürdigung religiöser Lehren. Sie tätigte Aussagen, die nahe legten, dass Mohammed pädophile Neigungen gehabt habe. Der Gerichtshof stellt insbesondere fest, dass die innerstaatlichen Gerichte die Aussagen der Beschwerdeführerin in ihrem Kontext ausführlich gewürdigt, sorgfältig ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gegen das Recht anderer auf Schutz ihrer religiösen Gefühle abgeweckt und das legitime Ziel der Wahrung des religiösen Friedens in Österreich verfolgt hatten. Der Gerichtshof entschied, dass die innerstaatlichen Gerichte wesentliche und hinreichende Gründe für ihre Entscheidung vorgebracht hatten, insbesondere da sie hinsichtlich der strittigen Aussagen die Grenzen einer objektiven Debatte überschritten sahen und sie als beleidigenden Angriff auf den Propheten des Islam einordneten. Sie befanden des Weiteren, dass solche Angriffe imstande seien, Vorurteile zu schüren und den religiösen Frieden in Österreich zu bedrohen. Und um das einzuordnen, will ich gerade nochmal diesen Artikel 10 Freiheit der Meinungsäußerung vorlesen, der, also wie gesagt, Artikel 10 Freiheit der Meinungsäußerung sagt erstens, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht für Hörfunk, Fernseh- und Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. Und zweitens, jetzt kommt's, die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden. Oh, scheiße, das gilt dann auch für uns. Sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafandrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen, also es muss gesetzlich vorgesehen sein und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung. Also es gibt dieses Recht für Meinungsfreiheit natürlich, aber es hat natürlich seine Grenzen in dem Moment, wo ich da irgendwelche wichtigen gesellschaftlichen Güter gefährde. Es gibt natürlich auch ein Gedankengewissens- und Religionsfreiheit, also Artikel 9. Das klingt fast genauso. So, jede Person hat das Recht auf Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam, wie wir, mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Ketzler-Podcast, den ich erwähnt, Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen. Ich habe mir hier angemerkt, da steht nicht durch Anbringen von religiösen Symbolen in öffentlichen Gebäuden, das ist immer so ein Punkt. Und das finde ich auch interessant, hier gibt es wieder die gleichen oder sehr ähnliche Einschränkungen wie bei der Meinungsfreiheit. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen sind, also auch hier, das kann nicht willkürlich, sondern es muss im Gesetz stehen, und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, da ist aber Potenzial drin. Denn beispielsweise Einschränkungen der Religionsfreiheit zum Schutz der Rechten und Freiheiten anderer, da könnte man sofort die Beschneidung verbieten. Dann Schutz der Moral, könnte man aus meiner Sicht dafür plädieren, dass das Alte Testament nicht mehr veröffentlicht werden dürfte. Hier der Herr Eifersucht, hier unser Buch von Dan Brown. Und aus meiner Sicht könnte man auch sagen, in einer demokratischen Gesellschaft müssen die Menschen vor Bullshit geschützt werden. Und die Kirchen verbreiten halt eine Menge Bullshit. Und aus meiner Sicht könnte der Staat nachvollziehbar sagen, genauso wie wir unbelegte Werbebehauptungen nicht zulassen, würden wir deutlich machen, wenn Religionen irgendwelchen Unsinn verbreiten. Aber das nur am Rande. Jetzt Christian, du hattest schon gesagt, dass sie gar nicht selber gesagt hat, Mohamed war Pädophil. Sie hat jemand zitiert, ja. Und diese Passage will ich auch nochmal vorlesen. Und ich bin mit dem Urteil auch nicht einverstanden. Hören wir uns mal an. Diese Passage wird im Urteil zitiert. Ich vermute, es war so, es gab eine Journalistin, die hat da sozusagen undercover diese Seminare besucht und sicher auch aufgezeichnet. Und das scheint unbestritten zu sein, dass dieses die, sagen wir mal, richtige Wiedergabe der Passage ist. Die beanstandeten Aussagen lauten wie folgt. Die sind aus diesem EGMR-Urteil der deutschen Fassung oder deutschen Presseerklärung. Also die Frau Sabatitsch-Dingsbums da sagt, eins der großen Probleme, die wir heute haben, ist, dass Mohamed als der ideale Mann, der perfekte Mensch, der perfekte Muslim gesehen wird. Das heißt, das oberste Gebot für einen männlichen Moslem ist es, Mohamed nachzumachen, sein Leben zu leben. Das läuft nicht nach unseren sozialen Standards und Gesetzen ab. Weil er war ein Kriegsherr, hatte einen relativ großen Frauenverschleiß, um das jetzt mal so auszudrücken, hatte nun mal gerne mit Kindern ein bisschen was und er war nach unseren Begriffen kein perfekter Mensch. Damit haben wir heute riesige Probleme, weil Muslime mit der Demokratie und mit uns zu unserem Wertesystem in Konflikt geraten. Pünktchen, 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 hier in dem Urteil schon. Zweitens. Die wichtigsten von allen Rechtsstuhlen anerkannten Hadith-Sammlungen, die allerwichtigste ist die Sahih al-Bukhari. Wenn eine Hadith nach Bukhari zitiert wurde, dann können sie sicher sein, dass es alle Muslime anerkennen. Ich glaube, das wird bestritten, aber es steht hier so. Also es hat sie so gesagt. Und in der Al-Bukhari ist auch blöderweise das geschrieben mit der Aisha und dem Kindersex. Weiter. Das ist jetzt der Punkt, den Christian vorhin schon erklärt hat. Ich erinnere mich an meine Schwester. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Als SW, ist ja abgekürzt in dem Urteil, offenbar geht es um die FPÖ-Abgeordnete Susanne Winter, die Mohammed als Kinderschänder bezeichnete und dafür wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Als also SW in Graz ihren berühmten Sager gemacht hat, ruft mich meine Schwester an und sagt, um Gottes Willen, hast du ihr das gesagt? Worauf ich gesagt habe, nein, ich war es nicht, aber es nachzulesen, es ist nicht wirklich ein Geheimnis. Und sie? Das kann man doch so nicht sagen. Und ich? Ein 56-Jähriger und eine 6-Jährige? Wie nennst du das? Gib mir ein Beispiel. Wie nennen wir das, wenn es nicht Pädophilie ist? Sie? Naja, das muss man ein bisschen umschreiben, diplomatischer sagen. Meine Schwester ist symptomatisch. Das haben wir schon so oft gehört. Das waren doch andere Zeiten. Das war damals nicht okay und es ist heute nicht okay. Punkt. Und es passiert auch heute noch. Sowas ist nie gut zu heißen. Sie legen sich alle eine Wirklichkeit zurecht, weil die Wirklichkeit so grausam ist. Also das waren jetzt die beanstandeten Passagen. Was jetzt wichtig, also was möglicherweise eine Rolle gespielt hat, obwohl das glaube ich nicht erwähnt wurde, im Urteil ist, hier wird nur gesagt, dass Mohammed Sex mit einer 9-Jährigen oder 6-Jährigen hatte, aber es wird nicht gesagt, dass er mit der verheiratet war. Das wäre ja jetzt immerhin noch eine wichtige Information und die steht hier in dieser Passage gar nicht, also ich will jetzt natürlich nicht verharmlosen, aber das ist meines Erachtens schon eine relevante Information. Beim HPD hat auch ein Leser darauf hingewiesen, dass diese frühen Ehen, diese Ehen mit ganz jungen Mädchen jetzt nicht unbedingt als Pädophilie der Männer zu sehen sind, sondern die wollten halt eine Jungfrau, wenn die geheiratet haben. Der HPD-Leser meint, weil die sicherstellen wollten, dass die nicht von einem anderen Mann schwanger ist. Ich glaube, der Grund ist, dass die sicher gehen wollten, dass die keine Geschlechtskrankheiten sich einfangen. Also Schwangerschaft, du brauchst ja einfach nur neun Monate nicht mit der Frau zu schlafen und dann wüsstest du, ob da noch ein Kind sozusagen in der Pipeline war. Ich glaube, dass diese Jungfräulichkeit, dass es dabei darum ging, sicherzugehen, dass du dir keine Frau anheiratest, die Geschlechtskrankheiten hat. Und von daher relativiert das diesen Vorwurf der Pädophilie natürlich der Punkt, den das Gericht oder die österreichischen Behörden gemacht haben. Und da meine ich, haben sie das Gesagte zu einseitig zu Lasten der Angeklagten ausgelegt. Sagen halt, ja, nur weil er Sex mit einem Neunjährigen gehabt hat, ist er nicht pädophil. Weil, Nico, wir haben das ja beim letzten Mal besprochen, pädophil bist du eigentlich nur, wenn du nur von Kindern sexuell angeregt wirst. Nicht jeder Serienvergewaltiger ist pädophil. Ja, das war das, als ich vorgelesen habe aus dem Urteil, dass sie irgendwie wissentlich unwahre Sachen verbreitet oder so. Die Argumentation ist, nur weil er mit einer Neunjährigen geschlafen hat, war er nicht pädophil und er hat ja eben auch noch a, andere Frauen gehabt und b, er hat ja auch noch mit der Frau geschlafen, als sie hier dann volljährig war. Also, heißt es hier, ich weiß nicht, was da drin steht, aber gehen wir mal davon aus, ne, ist ja plausibel. Naja, sie ist seine Lieblingsfrau. Also die, die halten sich jetzt praktisch wortklauberisch daran fest, dass sie ihn als pädophil mehr oder weniger bezeichnet hat oder es nahegelegt hat, obwohl das jetzt im engen Sinne nicht pädophil ist. Und da meine ich, ich werde gleich noch zeigen, ich glaube, dass das schon zumindest so grenzwertig war, dass die Behörden hier eingreifen konnten. Aber das Problem ist, dass hier so dargestellt wurde nach dem Motto, du darfst jetzt nicht ansprechen, den Muslimen gegenüber, dass der Prophet Sex mit einer Neunjährigen gehabt hat. Und das kann es natürlich nicht sein. Das ist ja praktisch, ich will jetzt nicht sagen Tatsachenbehauptung, weil wir ja wissen, Christian hat uns das ja mal erzählt, ob es diesen Mohammed so gab und diese Geschichten alle so stimmen, das weiß man nicht so genau, aber das wird mir ansprechen können. Und es war ja hier immerhin auch in so einem Kontext, dass gesagt wird, das Problem ist, dass Mohammed als Vorbild gilt. Also die Argumentation an so, hätte ich jetzt gesagt, die muss man durchgehen lassen. Also mir ist diese Frau nicht sympathisch. Und ich meine auch, wenn ich den Islam kritisieren will, dann gibt es wahrscheinlich tausend bessere Punkte, Ansatzpunkte, als dass er jetzt diese neunjährige Aisha da als Frau gehabt hat. Aber wenn man jemanden verurteilen will, dann muss das Urteil ja Hand und Fuß haben. Ich erinnere mich noch an dieses Urteil, da hatte jemand einen Aufkleber, Soldaten sind Mörder an seinem Auto. Und da war ich selber Soldat, das interessierte mich jetzt, dieses Urteil. Und der war auch angeklagt worden, weil Soldaten sind ja technisch keine Mörder, weil wenn du als Soldat im Dienst quasi jemanden umbringst und kriegst, dann ist das ja kein Mord technisch. Da haben die Richter aber gesagt, erstens, daneben war noch ein anderer. Also technisch schon, juristisch nicht. Juristisch, okay. Da hat das Bundesverfassungsgericht, ich glaube, es ging ein bisschen Bundesverfassungsgericht, hat gesagt, erstens, Soldaten sind Mörder, das war ein Zitat von Tucholsky. Zweitens, neben dem Aufkleber Soldaten sind Mörder, war noch ein anderer Aufkleber. Es gibt doch so ein bekanntes Foto von so einem Soldaten, ich glaube in Vietnam, der wird erschossen, der hebt so die Hände praktisch. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das Foto in dem Moment gemacht worden, wo der einen tödlichen Schuss abgekriegt hat. Und das heißt, die haben gesagt, dieses Ensemble von diesen Aufklebern, das macht deutlich, dass die Soldaten nicht nur Täter sind, sondern auch Opfer. Und dann kann man sich nicht praktisch jetzt von den zwei Aufklebern, der eine sagt, Soldaten sind Mörder, der andere sagt, mehr oder weniger Soldaten sind Opfer. Da kannst du ja nicht den einen Aufkleber rausnehmen und dann unter dieser Spitzwindigkeit, dass juristisch, wenn du jemanden umbringst, das nicht unbedingt Mord ist, ihn dann, also das zu den maximalen Ungunsten des Angeklagten auslegen und ihn dafür verurteilen. Das hat mir auch eingeleuchtet. So, und aus meiner Sicht wird dieser Fehler hier gemacht. Natürlich, Pädophil, wie jeder katholische Missbrauchsbeauftragte einem erklären kann, Pädophil ist eigentlich fast niemand. Also sobald du einmal mit einem wahrscheinlich über 14-jährigen Sex hast, bist du wahrscheinlich schon nicht mehr Pädophil. Nicht Kernpädophil. Aber ich hatte jetzt, um mal wieder meinen neuen Brieffreund Manfred Lütz ins Gespräch zu bringen, der hatte jetzt neulich auch den Begriff Pädophil so gebraucht, er sprach von Entkriminalität, es gab doch, ach, diese unsäige Geschichte wird doch immer den Grünen vorgeworfen, dass die in den 80er Jahren sich für die Entkriminalisierung von Pädophilie eingesetzt haben. Habt ihr bestimmt schon von gehört. Katholiken bringen so das unheimlich gerne mal auf. So, und der Punkt ist, Pädophilie an sich, also als Neigung ist ja nie kriminell, sondern kriminell ist nur, wenn du dann Sex mit Kindern hast. So, und wenn jetzt jemand wie Lütz, der ja auch immerhin sich für einen Experten hält in der Hinsicht, wenn der jetzt Pädophilie in so einem, sagen wir mal, Lachsen, so Lachs gebrauchen kann. Ja, also das kann nicht so gemeint sein, dass jemand wegen seiner Neigung ins Gefängnis kommt. Das ist ja völlig offensichtlich. So, dann kann man hier jemanden meines Erachtens nicht dafür belangen, dass er Pädophilie hier in dem Zusammenhang erwähnt, dass jemand Sex mit einer Neunjährigen gehabt hat. Da musst du wirklich lange grübeln und wahrscheinlich noch katholischer Missbrauchsbeauftragter sein, um da überhaupt mal einen Fachbegriff für zu kriegen. Darum ging es ja in diesem Dialog. Wie soll man das nennen, wenn nicht Pädophil? Also wenn du da normaler Mensch bist und dich nicht eingehen mit dem Thema Pädophilie beschäftigst, dann weißt du wahrscheinlich keinen anderen Begriff dafür. Was ich an diesem Urteil für falsch halte, ist, dass es eben so klingt, so rüberkommt, als ob man eben Gläubigen sowas nicht vorhalten kann. Auf der anderen Seite heißt es natürlich, dass wir uns sozusagen jetzt auch keine großen Gedanken machen müssen. Denn wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, in der Stadt Mohammed war Pädophil, was jetzt im engeren Sinne offenbar nicht war, sondern er ist ein Kinderficker, dann wäre das ja nun sachlich zutreffend. Hört sich vielleicht auch wieder so ein bisschen herabwürdigend an. Aber wenn man jetzt, es reicht, der Punkt, das ist aus meiner Sicht auch wieder so ein Punkt. Sie hat ja eben nicht nur gesagt, er war Pädophil, sondern es geht aus dem Kontext hervor, dass sie damit meint, dass er Sex mit einer Neunjährigen hatte. Und sie sagt, dass er noch andere, also sie sagt ja praktisch so einen Frauenverschleiß gehabt. Das heißt, jemand musste sich jetzt nicht nur an dem Begriff Pädophil orientieren, sondern wusste, was gemeint war. Mohammed hat Sex mit richtigen, mit erwachsenen Frauen gehabt und auch mit einer Neunjährigen. Und in dem Moment kann man ihr das mit dem Pädophil meines Erachtens erst recht nicht mehr vorhalten, weil sie ja den Kontext da zuliefert. Was natürlich nicht sein kann und so ist es ja auch nicht gemeint. Dieses Urteil bezieht sich ja überhaupt nicht auf die Religionsfreiheit, sondern auf die Meinungsfreiheit. Und es kommt aber so rüber, als dürftest du jetzt hier religiöse Leute eben nicht vor den Kopf stoßen. Der Punkt ist, wenn jetzt in der Tradition das so überliefert ist, dass er mit einer Neunjährigen Sex hat, dann muss man das ja wohl, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Sag ich mal so. Und von daher meine ich, dass das Urteil schlecht ist. Es ist ein schlechtes Urteil. Ich will aber auch noch dazu sagen, es werden vielleicht manche wieder sagen, oh, die europäischen Gerichte geben jetzt sozusagen dem Islam nach. Der gleiche Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat vor einiger Zeit dieses französische Burka-Verbot abgesegnet. Also es ist nicht so, dass da jetzt die Undercover-Muslims sozusagen auf den Richterbänken sitzen, sondern bei dem EGMR, da weißt du nie, was kommt. Und was denen, glaube ich, immer am liebsten ist, wenn die sagen können, der Staat, der jeweilige Staat, um den es hier geht, der hatte genug Spielraum für die Beurteilung. Das ist letztlich, was die hier sagen. Die sagen, Meinungsfreiheit ja, aber nicht unbegrenzt. Der Staat hat ja abgewogen. Der meint, das war hier Hetze und deswegen ist die verurteilt worden. Wenn sie so argumentiert hätten, wäre es aus meiner Sicht auch in Ordnung, denn ich will hier mal vorlesen. Wollte jetzt wissen, wer es war, diese Frau und habe dann den Artikel gefunden von der Journalistin, aufgrund deren Artikel diese Anzeige kam. Und wie gesagt, also da ich nicht dabei war bei dem Seminar, will ich jetzt nicht sagen, das musste bestraft werden oder das durfte nicht bestraft werden, aber man merkt, glaube ich, dass es grenzwertig ist und dass man hier sehr wohl von Hetze sprechen kann. Der Artikel heißt Straches Hassschule, ist von Veronika Dolnar und ist in dem, glaube ich, österreichischen Magazin News erschienen. Vermute mal, das wird so ein linkslastiges Magazin sein. Dieser Teaser heißt Undercover in der FPÖ, das ist ja so eine Partei in Österreich, so wird im FPÖ-Bildungsinstitut mit Steuermillionen öffentlich gegen Muslime gehetzt. News, also das ist diese Zeitschrift, zeigt die Seminarleiterin wegen Verhetzung bei der Staatsanwaltschaft Wien an und ich glaube, dieses Institut musste dann auch schließen oder Gelder zurückzahlen oder so, darauf kommt es mir jetzt aber nicht an. Ich habe hier mal einige Highlights aus diesem Bericht, also die ist da Undercover bei zwei diesem Seminaren gewesen, herausgesucht und lese die vor, um deutlich zu machen, dass man insgesamt hier schon merkt, dass aus meiner Sicht es zumindest grenzwertig zur Verhetzung ist. Also, der Islam ist feindselig, der Koran ist böse, Muslime hassen uns und sind im Dauerkrieg mit uns und sind sehr gut darin, uns einzulullen. Doch von mir bekommen sie heute Argumente, um dagegen zu reden, verspricht Elisabeth Zavaditsch-Wolf. Es ist Donnerstagabend und die stämmige Blondine mit strengem Haarknoten wird in den nächsten vier Stunden in einem kleinen Seminarraum im Wiener Hotel Ibis über die Grundlagen des Islam referieren. Veranstalter des Seminars ist das Freiheitliche Bildungsinstitut. Über 2,2 Millionen Euro an öffentlichen Geldern bekommt die Parteiakademie der FPÖ dieses Jahr um, so sieht es zumindest das Gesetz vor, staatsbürgerliche Bildungsarbeit zu leisten. Doch mit Bildung hat das Ilam-Seminar in der FPÖ-Kaderschmiede nichts zu tun. Elisabeth Zavaditsch-Wolf gibt einen Crashkurs in Volksverhetzung. Später heißt es. Die nächsten vier Stunden zitiert sie willkürlich Verse aus dem Koran, interpretiert sie nach Gutdünken und folgert, im Koran steht, dass alle, die den Islam ablehnen, getötet werden müssen. Muslime töten wegen der Religion. Man lernt, dass man, also in diesem Seminar, man lernt, dass man keinem Moslimen vertrauen darf, weil sie uns tagtäglich ins Gesicht lügen. Das ist ihre religiöse Pflicht. Anders geht's weiter. Schließlich gibt sie den Teilnehmern, die nun mit Argumenten für Diskussionen gewappnet sind, noch eine politische Anweisung mit. Sagen sie auf keinen Fall, dass wir von der FPÖ gegen den Islam sind. Das ist politisch nicht klug, da fällt uns die Religionsfreiheit auf den Kopf. Lassen sie den Islam aus ihrem Vokabular draußen und richten sie sich gegen die Scharia. Unter uns und in ihren Herzen können sie natürlich gegen den Islam sein, aber gehen sie damit nicht auf die Straße. So ein Bericht vom nächsten Seminar. Offensichtlich hat der letzte Vortrag die Teilnehmer zum Nachdenken gebracht. In der FPÖ-Zeitung hat letztens ein Türker einen Leserbrief geschrieben, der Parteimitglied geworden ist. Das finde ich toll. Es gibt also schon Integration und Moslems, die umdenken können, gibt eine zierliche Dame zu denken, die mit ihrem Mann gekommen ist. Schön wär's, kontert Savaditsch-Wolf. Aber überlegen Sie einmal, wo seine Loyalität liegt, wenn's heiß wird. Einmal Türke, immer Türke. Damit sind alle Zweifel beseitigt. Vielleicht will er seine eigene Haut retten, wenn es soweit ist, lenkt die vermeintlich Tolerante ein. Und Savaditsch-Wolf mahnt, vergessen Sie nicht das Gebot, dass Moslems zum Lügen verpflichtet. Also das habe ich hier aufgeführt, weil einerseits scheinen diese Leute sich so ein Szenario auszumalen, wo die Muslime Europa überrennen. Aber wenn diese zierliche Frau sagt, vielleicht will er seine eigene Haut retten, wenn es soweit ist, dann scheint da noch ein anderes Szenario denen vorzuschweben, bei dem Türken und Muslime ihre Haut retten müssen, indem sie vorher der FPÖ beigetreten sind. Das fand ich also sehr bemerkenswert, dass das da so durchblicken gelassen wird. Und jetzt hier noch ein letztes. Also ich konnte gar nicht alles bringen aus diesem Artikel, aber nur mal, dass sie so einen Geschmack kriegt. Es folgt eine Statistik, die aufzeigt, welcher Prozentsatz an Moslems in einem Land welche Art von Problemen verursacht. Sobald wir einen muslimischen Bevölkerungsanteil von 20% haben, droht die Referentin, kommt es zu Morden, Ausschreitungen, zu niedergebrannten Kirchen. Das steht uns alles bevor. Ein bisschen weniger gefährlich ist es in Dänemark. Dort gibt es Gott sei Dank die Hells Angels. Die kriminelle Motorradgang für den Kopenhagen, ein Bandenkrieg gegen Migranten. Also als ich das gelesen habe, da konnte ich mich mit dem Urteil etwas besser abfinden. Wie gesagt, ich finde es falsch. Und ich habe aber, gerade jetzt vor zwei, etwas mehr als zwei Wochen, gab es doch so einen Massaker in der Synagoge in Pittsburgh, in den USA. Und die USA halten ja die Meinungsfreiheit sehr hoch. Und ich meine, man hat wahrscheinlich nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Entweder musst du Hassrede bekämpfen, oder sag mal, du musst dich mit Hassrede auseinandersetzen, oder wenn du das nicht tust, mit Hassverbrechen. Und da meine ich, es ist besser, schon bei der Hassrede anzusetzen, als auf diese Verbrechen zu warten. Wie seht ihr das? Ganz anders. Gut, prima, dann. Oder ist das wieder nur Spaß? Nein, erstmal mache ich nie Spaß. Und zweitens ist das einfach das falsche Werkzeug. Erstmal wird sehr leicht alles Hassrede. Was Hassrede ist und was nicht Hassrede ist, liegt letztendlich im Auge des Betrachters. Und früher war das schon so, dass wenn man irgendwas Gotteslästerisches gesagt hat, dann war das schon Hassrede. Wir dürfen nicht das als polares System begreifen, das sozusagen die einen gibt und die anderen. Und die Themen verteilen wir dann auf die beiden Gruppen. Es ist kein Fußballspiel. Wenn wir zum Beispiel anschauen Religionskritik. Das ist genau unser Thema. Wir wollen Religionskritik machen und wir wollen Religionskritik machen, ohne dafür gerichtlich belangt zu werden. Wenn man jetzt sagt, wir belangen jetzt Rechtsextreme, wir belangen meinetwegen Nazis, die Religionskritik machen und sagen, das sind jetzt Nazis, weil sie Religionskritik machen und damit ist Religionskritik nationalsozialistisch. Was wir dann machen ist, dass wir sozusagen, okay, dann darfst du keine Religionskritik mehr machen, um extrem auszusagen. Und wenn wir uns sagen, okay, wir freuen uns über ein Urteil, weil es den Richtigen trifft, auch wenn es quasi ein Urteil ist, das vielleicht in der Sache nicht gerechtfertigt ist, dann machen wir auch nichts anderes als ein Justizverbrechen. Und deswegen kann ich jetzt sagen, mich nicht anfreunden, ich meine, man kann eine Schadenfreude empfinden, dass sozusagen rechtsextreme Kräfte ein Urteil bekommen und deswegen bestraft werden. Aber ich kann darüber nicht lachen, denn letztendlich, was wir hier sagen, du hast zum Beispiel gesagt, ich zitiere hier wörtlich, dann müsste man eigentlich Muslime als Kinderficker bezeichnen können. Nein, den Propheten, also bitte, das musst du jetzt aber schon, also den Propheten als Kinderficker, das wäre. Entschuldigung, natürlich die Muslime, das habe ich falsch gesagt, sondern du hast gesagt, den Propheten als Kinderficker zu bezeichnen. Das würde Urlaub sein. Du hast zwar würde gesagt, konjunktiv, aber das hat sie auch gesagt. Du bist jetzt mit dieser Äußerung, bist du sozusagen, wenn du jetzt in Österreich wärst, wärst du, hättest du genau das sehr Gleiche gemacht wie die Dame und würdest dann eben auch genau dieselben juristischen Konsequenzen haben, die du sagst, okay, das ist jetzt nicht so viel Geld, das zahlst du gerne, aber das wäre dann genau die Methode. Und was noch hinzukommt, ist ja eben durch diese Vorstellung, dass Religionskritik rechts ist, würden alle sagen, ja, der Matthias, das ist ja sowieso ein Rechter, weil der hat ja gesagt, dass Mohammed ein Kinderficker sei. Und das ist genau dann diese Polarisierung, anstatt dann zu sagen, okay, erstens hat er das nicht gesagt, er hat das sozusagen, das verglichen mit einem anderen Ausdruck, dann diese sozusagen diese Aufteilung, die wir jetzt sehen in der Öffentlichkeit. Und das führt ja eben auch dazu, dass zum Beispiel so eine Kopftuchdebatte eben nicht darum geht, nur als Beispiel, dass es nicht darum geht, ob Frauen ein Kopftuch sozusagen von ihrer Gesellschaft aufgezwungen wird, sondern es geht darum, bist du für Kopftuch, dann bist du links und gut, bist du gegen Kopftuch, dann bist du rechts und rassistisch. Und das funktioniert, das ist eben genau so ein Klima, was zu einer Radikalisierung der Öffentlichkeit sorgt und letztendlich dann ins Chaos. Denn wir müssen dafür schauen, dass in der Mitte es möglich ist, dass gemäßigte Leute einfach Sachen kritisieren. Und was mir zu Aisha auffällt ist, ich kann mich erinnern, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kann jetzt nicht die Stelle finden, ich habe jetzt nicht da liegen, aber dass Salman Rushdie in seinem Buch die satanischen Verse genau diese Schaukelszene besprochen hat. Wo Aisha auf der Schaukel sitzt und dann kommt dann Mohammed und Aisha wird erklärt, dass jetzt Mohammed heiraten darf. Und das war in den satanischen Versen drin. Meine Frau hat auch gerade die satanischen Verse gelesen und ich glaube, es war nicht Mohammed, sondern es ist so eine Art Schlüsselroman, wo die Ähnlichkeiten deutlich erkennbar sind. Aber ich glaube, technisch sagt Salman Rushdie in den satanischen Versen nicht, dass es Mohammed ist. Ja. Nur so ein Hinweis. Dann könnte man eben wieder zurückgehen zu den satanischen Versen, wo die wir, ich meine zu Recht, das war eigentlich das Tolle im Westen, dass wir den Salman Rushdie davor bewahrt haben, gemeuchelt zu werden. Und dass da alle aufgestanden sind, das kann nicht sein, dass der Islam da sagt, hier, der hat ein falsches Buch geschrieben, der muss jetzt sterben. Und das ist das Richtige. Wenn jetzt sozusagen die falschen Leute irgendwas Richtiges sagen, dann kann es nicht sagen, okay, weil es die falschen Leute sind, müssen wir sie trotzdem bestrafen, deswegen kann ich mich damit ganz so anfinden. Man kann es sympathisch und unsympathisch finden, die Leute, und man kann politisch auf einer ganz anderen Linie stehen. Aber wenn wir jetzt anfangen und gerade dann sagen, okay, diese Art von Bestrafung ist zulässig, weil, ich meine, wir haben in Deutschland einen Plasphemieparagrafen, der würde dann beim EGMR natürlich auch locker durchgehen und sagen, hier, kein Problem. Sollen das so machen, wie sie wollen. Wichtiger ist der soziale Frieden, dass sozusagen nicht die leuchtende Ausrechten, und wir haben das schon häufig genug gesprochen mit dem Plasphemieparagrafen. Letztendlich wird da bestraft, dass Leute überempfindlich sind. Und zwar wenn nicht die Leute bestraft, die überempfindlich sind, sondern die Leute, die falsche Sachen sagen zu den Leuten, die überempfindlich sind. Und hier nochmal kurz als Hinweis. Das klang zwar leider, ich bin mit dem Urteil, wie gesagt, ich bin damit nicht einverstanden. Was ich später gesagt habe, geht mir in die Richtung, es hat aber dann sozusagen keinen Falschen getroffen. Trotzdem bin ich mit dem Urteil nicht, ich finde das Urteil schlecht. Es kam zwar leider wirklich so rüber, als könnte man, hier wurde ja dann teilweise, glaube ich, auch die österreichische Argumentation und die Argumentation von dem EGMR sozusagen zusammengewürfelt. Und es kam so rüber, als dürfte man Religiöse nicht vor den Kopf stoßen, als dürften die sich nicht, sagen wir mal, echauffieren. Also das Problem ist ja, du kannst ja deine Rhetorik gar nicht so sehr zurückfahren, dass kein Religiöser sich aufregt. Das ist ja unmöglich, bekanntlich. Aber wie gesagt, es ging um die Meinungsfreiheit. Und technisch arbeitete das Urteil so, dass sie hat keine Meinung gesagt, sondern sie hat falsche Sachen gesagt. Das ist der Punkt, woran man sie gepackt hat. Aus meiner Sicht, wie gesagt, wortglauberischer... Was war denn jetzt falsch daran nochmal? Bring das mal auf den Punkt. Dass Mohammed nicht pädophil ist oder war, gemäß dieser Aufzeichnung. Ich meine, es gibt zwei Gründe zu sagen, dass er nicht pädophil war. Ja, aber die haben sich den einen rausgegriffen. Man könnte zwei Gründe dafür geben. Erstens, es ist keine reelle Gestalt der Geschichte. Jetzt das zu behaupten, ist wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Sache. Das Zweite wäre, er ist nicht pädophil. Kernpädophil. Weil er andere Frauen hatte. Ja? Ja. Und deswegen formal nicht den... Das ist die Argumentation, die hier greift. Ja. Und welche von diesen beiden Argumentationslinien verfolgt das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte? Also die Österreicher haben gesagt, es ist nicht richtig, Mohammed pädophil zu bezeichnen und das ist, sagen wir mal so, abwertend provozierend und zwar außerhalb dessen, was durch die Wahrheit noch gerechtfertigt ist. Aber das ist doch kein Grund. Wenn abwertend provozieren, wenn es der Wahrheit entspricht, dann ist es auch keine Beleidigung. Das ist ja eben der Punkt. Die sagen, es entspricht nicht der Wahrheit, weil pädophil, wenn du halt pädophil wärst, dann hättest du keiner, hättest du mit der Erwachsenen, wenn sie als Erwachsenen war, keinen Sex mehr gehabt. Ich kann daran nichts ändern. Das ist die Argumentation des Gerichts. Ich kann damit nichts ändern. Ich will nur darauf hinaus. Na, ich wollte es nur noch wissen. Die können sich, obwohl sie es bescheuert formuliert haben, die können sich darauf zurückziehen, dass sagt, hier wurde keine Meinung geäußert, sondern hier wurde etwas Falsches geäußert, das dann, sagen wir mal, so heikel war, dass der Staat hier eingreifen durfte. Der Kritikpunkt ist aus meiner Sicht, dass hier etwas, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Vergleich zum Mörderurteil, dass hier etwas, was durchaus wohlwollender hätte ausgelegt werden können, wortglauberisch gerade so ausgelegt wurde, dass man sie daran meinte, packen zu können. Und das darf der Rechtsstaat nicht machen. Da habe ich Angst, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwas sage, dann kann sich jemand anders eine Interpretation rausgreifen, die nun besonders übel ist, auch wenn ich das vielleicht gar nicht so gemeint habe. Vielleicht hat sie es auch so gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ja unmöglich, deine Äußerung vorab darauf abzuklaufen, was ist das Schlimmste, was jetzt jemand anders darunter verstehen könnte. Und das finde ich schlecht. Das finde ich schlecht von den Österreichern. Das finde ich sehr schlecht vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass er sich darauf eingelassen hat. Und deswegen finde ich das Urteil schlecht. Ich meine halt nur, dass es, das ist wieder ein bisschen blöd, sozusagen keine falsche getroffen hat, weil ich vermute, und das auch noch ein Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, Christian. Ich bin sehr für die Meinungsfreiheit und wir machen ja auch sehr ausgiebig davon, Gebrauch. Und ich glaube, ich noch besonders häufig, weil ich ja auch meine, Bullshit muss als Bullshit bezeichnet werden können. Und wenn jemand sich verhält wie ein Arschloch, dann muss er sich auch als Arschloch bezeichnen lassen, wenn das begründet wird. Und nicht nur, weil jemand eine andere Meinung vertritt. Aber grundsätzlich meine ich, Meinungen müssen geäußert werden. Das heißt aber nicht, dass sie in jeder Form geäußert werden können. Und irgendwo kommt man dann an einen Punkt, wo es um Aufstachelung geht. Und ich hatte das, habe ich das letzte Mal schon erzählt, wir hatten doch diesen Koranbeweis, den Isidienbeweis für die Göttlichkeit des Korans. Da hatte ich doch gesagt, im Koran steht drin, dass es Leute gibt, die tun nur, die sagen nur, sie seien Muslime, in Wirklichkeit glauben die aber gar nicht und die stehen mit dem Teufel im Bund. Das Problem ist, wenn du so ein Statement loslässt, dann öffnest du, legst du den Boden für so eine Art Wahn, Verfolgungswahn jetzt, um Leute zu verfolgen. Weil die haben ja keine Chance mehr zu erklären, dass sie doch Muslime sind. Wenn sie sagen, ja, aber ich bin doch ein Moslem, dann kannst du immer sagen, ja, du bist doch wie ein Teufel im Bund und lügst uns dir nur was vor. Das ist dann wie so ein Hexenmann früher. Und wenn hier verbreitet wird, dass Muslime also zum Lügen verpflichtet sind, ich sage Ihnen nochmal das Zitat, vergessen Sie nicht das Gebot, dass Moslims zum Lügen verpflichtet. Das ist aus meiner Sicht schon sehr bedenklich. Das möchte ich zumindest nicht an einem Institut hören, das durch Steuergelder gefördert ist. Und ich glaube, dass man damit einen guten Case hätte machen können, gut argumentieren, dass diese Frau hier mal hier so eine geringfügige Geldstrafe auferlegt kriegt. Aber so wie es gemacht wurde, hatte ich das Gefühl, die basteln sich selber einfach was zurecht, wo sie selber sagen können, ja, ja, das können wir jetzt nehmen. Was aber meines Erachtens einer kritischen Prüfung nicht hätte standhalten können. Denn wie gesagt, wenn Manfred Lütz, der auch nur als Beispiel Pädophil halt in dem Sinne gebraucht hat, dass er sagt, er meint damit eigentlich Kindersex, dann kannst du das, also wenn diese Saloppe, genauso wie Mord, immer wenn ein Mensch getötet wird, dass das dann als Mord bezeichnet werden kann, im allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn Pädophil dann dafür gebraucht wird, dass Leute Sex mit Kindern haben, dann kannst du das hier nicht so eng auslegen und die Frau deswegen verurteilen. Ich möchte noch an einem anderen Punkt widersprechen. Und zwar hast du gesagt, dass du nicht meinst, dass sozusagen die Kinderehe mit Aisha sozusagen nicht der beste Angriffspunkt wäre oder kein guter wäre. Wir haben ja genau das Problem, dass wir sehr viele jetzt in Deutschland auch durch die vielen Muslime, die hier rübergekommen sind, Kinderehen auch vom Staat anerkannt werden. Und warum kommen die überhaupt zustande? Warum wird das als sozusagen kulturell in anderen Staaten dann als gut angesehen? Das wird rechtfertigt letztendlich genau mit dieser Passage im Lebenslauf von Mohamed. Ich habe hier zum Beispiel von der Pure Research Seite Marriage Age Minimum for Girls. Und ich zähle jetzt mal alle Länder auf, die kein unteres Limit haben. Saudi-Arabien, Jemen, Somalia, Südsudan, Sambia und Äquatorial Guinea. Haben die etwa irgendeine Gemeinsamkeit? Äquatorial Guinea ist ein Ausreißer. Da sind mehrheitlich Christen. Die anderen sind Muslime und es hat in der letzten Zeit, ich meine in Saudi-Arabien, also es ist schon ein paar Jahre her und ich habe jetzt das Urteil leider nicht gefunden, da hat es sehr hohe Wellen geschlagen. Da wurde ein 50-Jähriger mit einer Zweijährigerin oder so verheiratet. Und das ist dann vor Gericht gekommen. Und dann hat aber ein Scharia-Gericht gesagt, ja, weil es der Mohamed so gemacht hat, ist das erlaubt. Also die Frage ist immer, wie interpretiert man das? Wenn man auf eine durchschnittliche Islamistenseite hier in Europa geht, dann ist das halt so, dass sie das weg erklären. Das heißt, die zitieren dann jede Menge Koranverse, wo es um Einvernehmlichkeit geht und das Mädchen muss dem zustimmen, wobei Schweigen dann doch wieder als Zustimmung gilt. Aber da muss halt der Reifegrad des Mädchens beachtet werden. Wobei zu betonen ist, dass der Ehevertrag nach islamischem Recht zwischen dem Vater des Kindes und dem Ehemann geschlossen wird. Nicht zwischen dem Mädchen oder der Frau halt. Es gibt offensichtlich noch mehr muslimische Länder als die, die ich gerade aufgezählt habe. Und in einem Land sind die Muslime eine Minderheit, äquatorial guinär. Aber also wie gesagt, das ist ein Problem. Das ist sozusagen ein Grund und wenn man jetzt sagt, okay, für den Fall, dass jemand sozusagen einsieht, dass es keine gute Idee ist, dass Kinder verheiratet werden mit älteren Männern, dann ist das genau ein guter Grund, um zu sagen, dass sie vielleicht eine höher stehende Moral haben, als der Koran hat und der Koran propagiert oder der Islam korrigiert. Das heißt, insofern ist das schon ein gutes Argument, indem man genau auf die Stellen eben abzielt, wo man sozusagen die intuitive Moralempfinden höherwertiger ist, als das, was in den heiligen Texten drinsteht. Und das sehen wir ja auch immer wieder, wenn zum Beispiel jetzt in der Bibel irgendwo drinsteht, dass Homosexualität mit dem Tod zu bestrafen ist. Das zeigt sich auch, dass das humane Moralsystem besser funktioniert als die heiligen Texte und damit was Besseres ist. Insofern ist das kein schlechtes Argument, weswegen es auch von vielen Leuten aufgeführt wird. Man muss eben die Leute, wenn sie hetzen und Propaganda machen, eben für ihre Lügen und für ihre Aufstachelung bestrafen und nicht etwa für Tatsachenbehauptungen oder sozusagen für Behauptungen, die durch sozusagen missverständliche Tasks, Ich würde sagen, ob jetzt hier einer unserer Zuhörer schreibt, Pederast oder Pädophil, wenn das verwechselt wird, ob das schon schlimm wäre. Also das ist ein schwacher Punkt. Und man sollte eben halt auch aufpassen, dass man jetzt hier nicht das Kind mit einem Bader ausschüttet und sagt, okay, wir müssen was gegen die Nazis tun. Was machen wir gegen Nazis? Ja, als erstes müssen wir die Presse zensieren, damit da eben nichts mehr drinsteht. Das ist ja nicht die Methode, das zu machen. Ich denke, es ist halt auch nicht so, dass man die Leute als Nazis bezeichnen sollte, als erstes. Und das Zweite ist, wir müssen schauen, dass wir die Temperatur im Raum runterbringen und zwar so weit runterbringen, dass wir wieder politisch diskutieren können und darüber reden können. Ich meine, wir haben schon den großen Vorteil, dass wir mittlerweile über Religion reden können in der Öffentlichkeit. Über das Christentum, über Islam, über das Judentum, über Hinduismus und so weiter. Wir können darüber reden und können sagen, okay, die widersprechen sich, da gibt es jene Menge Quatsch drin. Und das ist eine Errungenschaft. Aber die wollen wir jetzt nicht wieder verlieren. Und das zu podelitisieren und dann jetzt hier so Feindgebäde aufbauen, das ist genau das, was wir verhindern müssen. Wo wir eben sagen können, okay, jetzt rückt euch ab. Wir reden jetzt hier. Und ich meine, ich bin jetzt keine Anhängerin von dir. Das ist genau dieses alte Freund-Feind-Schema wieder. Ich finde die auch nicht schön. Ich finde auch nicht gut, was die sagt. Ich bin auch nicht in der FPÖ drin, abgesehen davon, dass ich nicht radikal genug bin, um Österreicher zu sein. Es ist genau das Fall. Wir sind uns einig darüber, dass sozusagen dieses Urteil schief geht. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter und sage hier, man darf eben nicht auf dem Feldzug sein, wo man versucht, Sachen so zu interpretieren, dass man sozusagen dem politischen Gegner eins reinwirken kann, nur weil man es kann. Sondern man muss ihnen deswegen eins reinwirken für das, was er macht oder das, was er sagt. Also ich empfinde das gar nicht als Widerspruch. Dann ist das schön. Dann sind wir an der Meinung. Nächstes Thema. Warte. Du hast ja gerade sehr schön gesagt und ich hatte vorhin ja auch gesagt, das Argument, dass Mohammed als Vorbild gilt für Muslime und das dann natürlich problematisch ist, wenn er Kriege geführt hat oder mit einer Sechsjährigen verheiratet war. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen oder auch nicht von der Hand zu weisen. Und Christian, du hast doch gerade sehr nüchtern deutlich gemacht, dass das ein Problem ist, das man ansprechen kann, aber du hast es eben sachlich angesprochen. Abgesehen davon, wenn Deutschland Kinderehen sozusagen diese Kinderehen anerkennt, dann kommt das daher, dass es international so Verträge gibt, was man aus dem Ausland anerkennt. Und wenn Leute im Ausland, aus welchen Gründen auch immer, sagen wir mal legal verheiratet sind, die kommen jetzt nach Deutschland, dann kannst du plötzlich nicht deren Ehe sozusagen nicht mehr anerkennen. Das ist also nicht so, dass Deutschland jetzt sagt, oh ja super, wir wollen jetzt erstmal Kinderehen anerkennen, aber das ist noch am Rande. Christian hat jetzt gerade sehr nüchtern sachlich mit dieser, sagen wir mal, lauwarmen Raumtemperatur deutlich gemacht, warum das ein Problem ist mit diesen Kinderehen und warum das auch ruhig mal angesprochen werden kann. Und da bin ich ganz bei ihm. Aber diese Frau, die hat das ja in einer ganz anderen Form gebracht. Die sagt dann eben so, Mohammed hat einen großen Frauenverschleiß und der hat da auch gerne mal was mit Kindern, obwohl es ja jetzt nur den Bericht von diesem einen Kind gibt. Aber wir sind uns einig, dass wir die sozusagen für was, sozusagen, dass wir für die ihre herzerischen Rede zu verantworten haben. Genau, das ist ja das, was ich meine. Okay, dann ist das eine Diskussion, wo am Schluss alle einer Meinung sind, ne? Ja, aber du hast ja deinen Part eingeleitet, mit dem muss ich aber widersprechen. Und jetzt haben wir gesehen, dass wir im Grunde einer Meinung sind. Und mehr habe ich da auch nicht zu sagen, weil kann sich dann jeder noch mal anhören, wenn er noch mehr dazu hören will. Okay, ich hoffe, dass das ein bisschen zur Versachlichung beigetragen hat, dieser Sache, weil ich den Eindruck hatte, dass in den Medien das manchmal... sehr zugespitzt oder auch falsch oder lückenhaft berichtet wurde. Das war jetzt interessant. Jetzt hat sich keiner bewegt und alle sind dann hinter der Meinung, dass wir das mal selber meinen. Okay. Gut, vielleicht geht da ja irgendwas in unseren Köpfen vor, Christian, was sich dem Außenstehenden nicht so erschließt. Das war jetzt die Überleitung zu dem Buch Inside the Atheist Mind von Anthony De Stefano. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribt, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020